Heute gibt es für euch die Niko Shooting Stars. Ihr seht sie in der Mitte auf dem Bild. Wir haben sie leider vergessen auszupacken. Ja, es sind so Bombenrohr ähnliche Teile, aber die schießen nur ein bisschen was raus und haben ein bisschen Crackling. Ich finde die jetzt nicht so gut. Ich würde da beim nächsten Mal lieber wieder Flashbangs nehmen, aber jetzt erstmal viel Spaß beim Test. Bis zum nächsten Mal.